Tim Ostermann ist ein deutscher Politiker und Mitglied des 18. Deutschen Bundestages Ausbildung und Beruf. Ostermann legte 1998 sein Abitur am städtischen Gymnasium Löhne ab. Nach seinem Wehrdienst studierte er Rechtswissenschaften an der Universität Bielefeld, wo er 2009 auch zum Dr. Jure promoviert wurde. Titel seiner Primotionsschrift war die verfassungsrechtliche Stellung des deutschen Kaisers. Nach seinem zweiten Staatsexamen wurde Ostermann 2008 als Rechtsanwalt zugelassen. Ostermann ist Mitglied der Studentenverbindung Alte Leipziger Turnerschaft Hansi A. Bielefeld im Coburger Konvent Politische Laufbahn. Ostermann ist seit 1995 Mitglied der CDU, seit 2002 ist er Mitglied des Rates der Stadt Löhne und war dort von 2009 bis 2013 Fraktionsvorsitzender. Seit 2012 ist Ostermann-Kreisvorsitzender der CDU im Kreis Herford. Tim Ostermann trat bei der Bundestagswahl 2013 im Bundestagswahlkreis Herford Mindenöbeke II erstmals als Kandidat für den Bundestag an. Ostermann unterlag im Kampf um das Direktmandat knapp dem SPD-Politiker Stefan Schwarze, der nur 763 Erststimmen mehr auf sich vereinen konnte. Ostermann konnte jedoch über die Landesliste in den 18. Bundestag einziehen. Er ist ordentliches Mitglied des Innenausschusses und seit der Konstituierung stellvertretendes Mitglied des NSA-Untersuchungsausschusses.